Uuuuhhhhhh Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin GüntherLP Und das hier ist dein kleines Letztest zu Paxon Hell yeah, und wir machen einfach mal ein New Game, das ist... Ja, und wie man sieht, das Spiel ist eigentlich relativ simpel Man muss einfach nur bestimmten Prozentteilen dieses Levels Ja, voll machen mit den blauen Blöcken Blaue Blöcke! Ist das blaue Wolle? Oh, voll Und... Ja, man darf natürlich nicht von den Ghostern get... Ja, ich meine natürlich Geistern getroffen werden Und genauso wenig darf man, äh, darf die Strecke von einem von Geistern getroffen werden Weil dann, äh, wird die so rot Und, ja, und dann hat man verloren So, 72%, 76% Fuck yeah! BING! So, jetzt kommt immer mal was noch für Geister da sind Äh... Ah, okay, ich muss noch einmal aufklicken noch Wack, 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 wack Oh, ich hab mal... lauten ist Eis Cool Nein, das ist Eis aufgereist Toll Und diese, äh... Sind denn das Orangegeister? Die laufen immer nur an den Wänden entlang Und springen nicht so willkürlich durch den Raum So, uh... So, jetzt kommt Special Taktik Ich habe die Herde voneinander getrennt So, zack Wack, 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 wack Hup Hup Habt ihr jetzt gerade gesehen, ne? Da wurd's rot Aber, äh, lieber... Oh, lol Okay, das war knapp, das war knapp Aber, äh, lieber Günther LP hat das natürlich geschafft, ne? Ich sag dazu nur Pro So Oh, oh, lol, 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 lol Ja, und jetzt gibt's auch noch die blauen Geister, die... Eben halt in den blauen Blöcken drinne Das ist, denke ich... Naja, fast selbsterklärend Man sieht's ja auch alles hier, ne? Oh, da wurd's schon wieder rot, ey Du musst aufpassen So, 44... 40% ist weg Bam Oh, da ist ne Banane Lolololololol, ich muss die Banane haben Buh Hier, dann werden die langsamer an die Gegner Juhu, let's go So Das Level Uh, jetzt ist es, oh, lol Jetzt ist da schon ein großer Manneken dabei Ein großer Geist Und der hat nämlich die spezielle Fähigkeit, Blöcke zu zerstören Wie man das gerade schön gesehen hat So Bam Oh, nice Uh, eingefroren So Trennen wir die mal ein bisschen voneinander Wau So, haben wir's geschafft Na gut, war auch einfach Das Spiel ist bisher noch nicht so schwierig, aber Lol Cool, extra live Geil, dass es ja einfach nur pure Geilheit ist Lol Ist das Ich muss ja erschöcken mich die Geister aber schon Die Geister die ich rief Naja, so war es doch beim Nein Aber haben wir noch reingefahren Wie heißt ist das denn nochmal? Lolololololoolo solve Bible nennen so Loll Nein, ich verliere Loll 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 Alter, ich soll euch noch zwei Leben, ich sollte mir aufpassen So Bäm Oh Gottchen Bäm Geschick Loll Ah 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 Sieht an der Hau So Und das ist die Banane Oh, als der Geistische Banane wird es gemacht Wieso nur Wieso Bäm Oh, nicht was weg ist, mehr Wupp Wupp Oh, Leute Oh, Leute No Ey, was soll ich denn da machen, ey, das ist ja so Wuppe von uns werden, ne Ah, okay, dann neuer Versuch Loll Ich starte bei den Lärten Okay Hä, äh, äh, was soll ich denn da machen Ich kann doch nichts dafür machen, wenn die Dinger direkt in meinem Gesicht bauen Oh, nein Scheiße War ich nicht schnell genug So Oh, Mann Ich sollte echt vorsichtiger spielen So Schneiden wir mal das Große ab Oh, ich hätte gerne ein großes Stück vom Kuchen Oh, Gott, drei fette Geister Da muss ich die mittlere Barriere ja ein bisschen digger machen So Bäm Bäm So Bäm Wihuu Sack, Banane Und sie ist Die Banane Bla, bla, bla Nahrungsaufnahme Und sie ist Die Banane Bla, bla, bla Das ist, glaub ich, ein Song von den Ärzten oder so Alter Ich bin zu schnell Wupp Ach, Gottchen Oh, komm schon Lol Ja, meine Fresse, dann hab ich jetzt eben halt verloren. Ich hoffe, es hat euch trotz der kurzen Kürze des kleinen Spektakels hier eben genau zu sein. 6 Minuten, 17, 18, 19, 20, 3, äh. Ja, nach 20 kommt natürlich 30 in Sekunden. Natürlich. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht es auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Test. Haut rein.